Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Ein im Atlantik operierender deutscher Flottenverband unter Führung des Flottenchefs Admiral Lütjen im Seegebiet um Island auf schwere englische Seestreitkräfte. Das Schlachtschiff Bismarck hat hierbei einen englischen Schlachtkreuzer, wahrscheinlich Ruth, vernichtet. RULE BRITAINIA, BRITAINIA RULE THE WAVES Oh, willkommen in der Noppenklötzinscheune. Mein Name ist Blogstar und Freunde, ja, ihr habt es am Intro schon gesehen und natürlich am Thumbnail. Und wenn ihr rechts über meine Schulter auch noch der N-Thing der Royal Navy hängt, dann wisst ihr was Phase ist. Wir bauen heute ein Kurbischiff und wir bauen das berühmteste Schiff der Royal Navy bzw. zur damaligen Zeit die Mighty Hood, die HMS Hood. Und ich freue mich ganz besonders, dieses Set zu bauen, denn die Hood hat eine Menge zu erzählen. Freut euch da auf die Faktenzeit und nein, es geht da nicht über die Bismarck. Den Kram habe ich extra ins Intro gepackt, darüber sprechen wir nicht. Die Hood hat nämlich noch eine ganze Menge andere Sachen zu erzählen. Und ja, wo ist sie? Wo ist die Hood? Genau, ich hole sie mal. Also eine Premiere für mich hier. Das erste große maritime Schiff, was ich hier in meiner kleinen Noppenklötzinscheune zusammenbaue. Ich habe bis jetzt nur von Kobi das River Rhine, das Patrolboot gebaut. Das seht ihr da rechts in der Ecke und von Lego die kleine Eloi. Das war es an Schiffen. Hier ist noch nichts passiert, außer meine liebe Freundin, die Heather. Die hat die Titanic gebaut. Also, Heather ist da eigentlich, was Tonnage angeht, mir einiges voraus. Und da muss ich nachziehen. Und deswegen die Almighty Hood, das Kobi Set 4829, nämlich die Limited Edition. Denn so viel Spaß muss sein, wenn dann richtig. Freunde, ich freue mich, kommt mit mir an Bord auf die Reise hier ins Kobi. Klemmbaustein maritime Kriegsschiff-Thema. Ja, Freunde, wenn ihr so einen großen Pappkarton mit einer Zahl draufstehen seht, dann wisst ihr beim lieben Blockstar, es ist ein doppeltes Unboxing, weil wir hier eine Limited Edition haben. Die HMS Hood, die 4829, 2620 Steinchen. Und ja, die 116 als interne Nummer bei den Limited Editions. Ich schneide den Karton mal auf. Das Schiffchen wird ja über 80 cm lang. Ich bin gespannt. Mein erstes Kobi Schiff, bzw. mein erstes großes Schlachtschiff, bzw. hier ganz gefährlich, Schlachtkreuzerchen. Ich habe noch keines dieser großen Schiffe gebaut. Vielleicht zum Glück, denn viele Leute haben mir gesagt, dass sie mit Kobi nichts anfangen konnten. Aber die Schiffe haben sie dann süchtig gemacht. So, ich muss jetzt hier aufpassen. Ich muss den Karton hier sachte aufmachen, weil der Schiff ist groß. Der Karton ist groß und wir haben die Kamera so eingepackt. Es kann sein, dass der Karton gleich aus dem Bild flutscht. Dann muss ich es wieder korrigieren. Oh, da haben wir das Schiff. Warte, so. Boah, es ist schwer. Jetzt wollen wir es mal kurz wieder in die Kamera ausrichten. So, die 4829, da sehen wir es, 2620 Steinchen, eine Minifigur. Da haben wir sie, nämlich der Grund, warum es hier die Limited Edition gibt. Historical Collection, World War II, Maßstab 1 zu 300. Und da haben wir das Schiff, die Mighty Hood. Richtig cool. Oh, ich habe richtig Gänsehaut. Ich freue mich da richtig drauf. Und ja, die Fahne kennt ihr auch irgendwoher. So, ich drehe den Karton mal um. So, da sehen wir es auch noch mal. Die HMS Hood, hier steht dann die 116. Wir haben hier den Vize Admiral und wir haben hier die Features, dass wir den Turm drehen können. Wir können die Schrauben drehen und wir sehen hier, 88 cm lang wird das Schiff und 22 cm hoch. Die Fakten zum Schiff bekommt ihr natürlich während meines Speed Builds erläutert bzw. angezeigt. Richtig drauf eingehen, wann, Stapel auch, wie war, wo gehe ich nicht, denn ich möchte hier eine Geschichte zu erzählen. So, jetzt ist aber wichtig, wir gucken, was oben drauf steht. Auch wieder ein bisschen das typische Kobi. Ihr kennt es, Scan me und so weiter und so fort. Wir haben hier die Figuren Maßstab 1 zu 1. Das muss ja so sein, sonst wäre es kein Klemmbaustein-Set. Jetzt muss ich kurz gucken. Hier sehen wir die Größe noch mal. 88 cm und dass das Schiff 10,5 cm breit sein wird. Hier unten haben wir dann die ganzen babylonischen Sprachen, die es gibt. Alles, was uns der liebe Herrgott an Unterschiede bereitet hat, beschenkt hat. Plus dann wieder hier traurige Zwiebel, Captain Planet, Löwe und so weiter und so fort. Natürlich ist dieses Set auch wieder Pet Printed. So, und da sehen wir da auch genau das, was ich euch gerade erwähnt habe, nämlich Pet Printed und auch nochmal das Schiff in seiner gänzlichen Gänze. So, jetzt aufschneiden. Das Gute ist, dass wir hier jetzt ja bei den großen Schiffchens oder beziehungsweise generell den großen Sets von Kobi Kleberchen haben. Ähnlich wie wir das bei Lego und sowas kennen. Dann muss man nicht, so wie ich das oft mache, mir ein Abmühen beim Durchschneiden. Das kann der Bloxy irgendwie nicht, beziehungsweise glaube ich, will er es auch immer irgendwie nicht. So, und selbst das kriegt er nicht hin. Ach, der ist noch hier nicht durch. So, tada, und wir sehen, das Schiff wurde am 08.11.2021 in Mielek gebaut. So, Freunde, ihr dürft zuerst reingucken, was drin ist. Ich lasse alles rausplumpsen. Puh, das ist eine ganze Menge. Und wir sehen schon hier ein paar Tüten, ein paar Anleitungen, nämlich drei Stück an der Zahl. Zeige ich euch gleich. Ich wühle mich so das Wichtigste, das dem Wichtigsten durch, nämlich das Zertifikat. Hier haben wir es. Die HMS Hood in der 1.1.6. 116. Meine Nummer hier vom Zertifikat. Richtig cool. Wird eingerahmt, denn dieses Schiff kommt auf jeden Fall in meinen Wohnraum. Ich mag Schiffe. Jetzt zählen wir aber erstmal die Tüten. Hier haben wir drei Plates, schwarz, schwarz und rot. Ich lege es hier an der Seite. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, hätte ich auch drauf kommen können, denn da steht es. Wir haben neun Bauabschnittstüten. Ich mache mal ein bisschen Platz, denn wir wollen uns ja die drei Anleitungen anschauen. Es sind wirklich drei Anleitungen, richtig massive Anleitungen. Schaut es euch an. Richtige Heftchen, Klammer gebunden. Und wir schauen mal hier. Bauabschnitt 1, also Überabschnitt nenne ich es mal für die Anleitung. Da bauen wir die Tüten 1 bis 2. Hier könnt ihr es sehen. 1 bis 2. Dann mit der Anleitung 2, 3, 4, 5, 6. Und in der letzten Anleitung der 3, die 7, 8, 9. Ja, Kobi Anleitungen, wer sie noch nicht kennt. Auf der ersten Seite wird immer gezeigt, was es für verschiedene Slopes und Badges gibt. Mit verschiedenen Winkeln. Pfeile weisen uns auf den Weg. Hier sieht man es. Und was gebaut wurde, ist Farbentwettigt. Hier auf den ersten paar Seiten sehen wir schon, das wird eine bunte Angelegenheit, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Ja, jetzt schauen wir mal. Wir bauen hier alles klar, den Bug oder das Heck. Und wie viel bauen wir insgesamt? Ah, schaut mal, das ist das Patrolboot mit Herrn Kennedy. Wir brauchen insgesamt dann 354 Bauschritte, beziehungsweise halt 55 Bauschritte, bis wir das Schiff fertig haben. Und hier sehen wir noch eine eigene Art dieser Kobi Anleitungen, dass wir auch immer solche Anlegehilfen haben. Legenden, wo wir Plates und Teils anlegen können, damit wir wissen, was wie wo verbaut wird. Ja, tolle Anleitungen. Wenn es die als PDF gibt, werde ich sie euch unter das Video verlinken. Wir sehen hier schön ein bisschen Währung. Oh, die Belfast. Die Zeppelin, die kommt hier auch noch. Die habe ich noch für euch. Schauen wir mal ein bisschen Werbung. Ach, toll, toll. Blitz habe ich schon gebaut. Hetze habe ich schon gebaut. Autos habe ich noch nicht. Den Ambulenzwagen, den brauche ich noch. Ach, Freunde, das ist immer das Schöne. Da störe ich immer ganz gerne. Man hat hier immer ein bisschen Werbung. Macht einen den Mund wässrig. Da kriege ich schon wieder Lust, das ein oder andere Set zu kaufen. Hier die große Titanic. Und natürlich die Bismarck. Ich glaube, zwei Kobi All-Time Favorites. Und hier hatten wir noch, haben wir ja gerade schon gesehen, das PT-109 und die U-47. Ja, ach, alles tolle Sachen. Freunde, ich kann euch sagen, ich habe mich, was Schiffe angeht, immer ein bisschen zurückgehalten, weil Schiffe eigentlich meine heimliche Liebe sind. Ich mag zwar Panzer und Flugzeuge auch und Autos und so weiter, aber Schiffe sind wirklich das, was mir am Herzen liegt. Ich wäre sogar einmal fast zur Marine gegangen. Aber das ist ein anderes Thema. Freut euch jetzt auf meine Geschichte in der Faktenzeit zur HMS Hood. Viel Spaß damit. Ja, Freunde, man sieht, ich bin etwas nervös. Ich habe richtig Lust, dieses Schiff zu bauen. Und dementsprechend bin ich etwas zu schnell gewesen. Denn ich hätte natürlich in die Anleitung 3 gucken müssen und da auf die letzte Seite. Denn da sieht man nämlich die Teile über sich. Die sieht man nämlich immer auf der letzten Seite von den Kobi Anleitungen. Also ähnlich wie wir es auch bei Lego und Co. kennen. Und dann sehen wir, dass wir erst bei 481 Bauschritten fertig mit dem Schiff sind. Nämlich hier mit dem Fuß, auf dem das Schiff dann steht, mit diesen gelaserten Platten. Ja, Freunde, das noch als Nachtrag. Und jetzt aber wirklich euch viel Spaß bei den Fakten und mir viel Spaß beim Bau. Speed Build Zeit ist Fakten Zeit. Und wir sprechen heute natürlich über die Mighty Hood. Die mächtige Hood. Den Schlachtkreuzer HMS Hood. Und alleine über das Schlachtkreuzer könnte man stundenlang diskutieren. Aber es ist, wie es ist. Die britische Bezeichnung war damals Battle Cruiser. Also Schlachtkreuzer, kein Schlachtschiff. Die Hood war in den Zwischenkriegsjahren, also von 1918 bis 1939, das größte Kriegsschiff der Welt. In der britischen Öffentlichkeit fühlte man sich sehr mit der Marine verbunden und deswegen war die Mighty Hood, die mächtige Hood, das Aushängeschild der Royal Navy. Wegen ihrer Popularität wurde sie häufig dazu eingesetzt, um bei Besuchen anderer Länder Flagge zu zeigen. Insbesondere nahmen sie zwischen November 1923 und September 1924 zusammen mit der HMS Repulse und weiteren kleinen Schiffen an einer Weltumfahrung teil. Bei dieser Gelegenheit wurde die HMS Hood von ca. 750.000 Menschen gesehen bzw. besichtigt. Ihr seht, ein Schiff, was viel zu bieten hat. Und ich werde heute nicht auf den Teil, auf das Gefecht in der Dänemarkstraße eingehen. Die Versenkung durch die Bismarck, das sind Fakten, die habt ihr vielleicht schon auf NTV oder Welt oder wo auch immer gelesen. Könnt ihr auch selber schön nachlesen bei Wikipedia oder auf YouTube gibt es etliche Dokumentationen. Ich finde diesen Bereich in der Geschichte der Hood aber relativ langweilig. Außerdem habe ich sie ja schon ein bisschen beim Intro abgefrühstückt. Viel interessanter finde ich die Rolle der Hood bzw. ihren Teil, den sie in der Geschichte beigetragen hat, bei der Inva-Gordon-Mäuterei. Und jetzt fragt ihr euch, was ist denn überhaupt die Inva-Gordon-Mäuterei? Naja, das ist das, was ich euch heute jetzt hier erzählen werde. Als Inva-Gordon-Mäuterei bezeichnet man eine zwei Tage dauernde Mäuterei von britischen Seeleuten am 15. und 16. September 1931. Der Name der Mäuterei bezieht sich auf den kleinen Küstenort Inva-Gordon, der am Chromarty Firth liegt. Hier lag bis in die 50er Jahre ein wichtiger Hafen der Royal Navy. Die Inva-Gordon-Mäuterei entstand im Zuge eines Arbeitskampfes von etwa 1300 britischen Seeleuten der sogenannten Atlantic Fleet der Royal Navy. Auslöser der Mäuterei war die Ankündigung der neuen britischen Nationalregierung aufgrund der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die auch Großbritannien damals hart traf, alle öffentlichen Ausgaben um 10% zu kürzen. Diese Maßnahme betraf natürlich auch die Löhne bzw. den Sold, was für viele Arbeiter, Beamte und halt auch Soldaten erhebliche Einschnitte bedeutete. Im Zuge parallel durchgeführter Lohneingleichungen bedeutete dies darüber hinaus sogar eine Kürzung um fast ein Viertel der Bezüge für alle Royal Navy Dienstgrade unterhalb des Petty Officers. Petty Officer ist ein Unteroffiziersrang, ich glaube der niedrigste. Es betraf all diejenigen, die noch vor 1925 im Dienst treten waren, da deren Löhne nun automatisch an die neue, ab 1925 gültige, aber bereits deutlich niedrigere Soldstufe angepasst wurden. Zum weiteren Missmut führte die Tatsache, dass sich viele Matrosen der Arbeiterklasse durch die Politik ihrer sozialistischen Labour Party betrogen fühlten, da deren Vorsitzender Ramsey MacDonald eine Koalition mit den verhassten Conservatives, also den Konservativen, eingegangen war und das sogenannte National Government Bündnis geschlossen hatte, um in einer großen Koalition der wirtschaftlichen Krise Großbritanniens besser zu begegnen. Also quasi eine damalige große Koalition. Als die Atlantic Fleet in Invergordon am 11. September 1931 einlief, erfuhren die Matrosen von den Kürzungen ihres Soldes aus den Zeitungen, die sie sich in den Läden am Hafen kauften. Da in einigen Zeitungen eine Kürzung von 25% angekündigt wurde, stieg der Unmut der Matrosen schnell an, zumal bald Missverständnisse vorherrschten, dass nämlich alle Löhne generell um 25% gekürzt werden sollten. Am 12. September wurde Invergordon die schriftliche Anordnung der britischen Admiralität zur Lohnkürzung empfangen und am 13. September auf die Schiffe der Atlantic Fleet verteilt, also Kopien der Anordnung wurden verteilt, um diese den Matrosen mit einer Begründung der drastischen Maßnahme zwecks Haushalteinsparungen vorzutragen. Dennoch erhielten nicht alle Schiffe eine Kopie, sodass die Maßnahmen nicht allen Besatzungsmitgliedern umfassend erläutert werden konnten. Die Nachrichten verbreiteten sich so schnell innerhalb der Flotte, sodass nicht nur das Flaggschiff, die HMS Hood, an der sich anbahnen Meuterei beteiligt war, mehr oder weniger aktiv involviert waren auch die Schlachtschiffe Aufgrund der großen Unzufriedenheit unter der Besatzung kam es in den folgenden Tagen zu immer zahlreicheren Auseinandersetzungen mit den Offizieren. Immer häufiger zur Befehlsverweigerung und letztlich zur Arbeitsniederlegung seitens der Matrosen. In ihrer Gesamtheit verlief die Meuterei aber unblutig, weitestgehend gewaltlos und nur vereinzelt kam es zu Handgreiflichkeiten gegenüber den Vorgesetzten. Die Meuterei wurde schließlich am 16. September beigelegt, als der stellvertretende Befehlshaber, Konteradmiral Wilfrid Tompkinson, der eigentliche Kommandeur der Atlantic Fleet, Admiral Sir Michael Hughes beim Krankenhaus, den Matrosen versicherte, dass Konteradmiral Colvin als Unterhändler zur Admiralität entsandt worden sei, um die Ursache für die Meuterei durch die teils überzogenen Lohnkürzungen zu erörtern. Da dies einige Tage in Anspruch nehmen würde, bat er die Matrosen, so lange zum ordentlichen Dienst zurückzukehren. Gegen Nachmittag kam per Telegram der Befehl der Admiralität, dass alle Schiffe der Atlantic Fleet unverzüglich auszulaufen und in ihre Heimathäfen zurückkehren zu hätten. Seeleute, deren Ehefrauen in Invergorden waren, erhielten noch Landgang, um sich zu verabschieden. In der Nacht liefen dann alle Schiffe ordnungsgemäß aus. Bei der Aufarbeitung der Meuterei vor der Admiralität der Royal Navy bestätigte Konteradmiral Tompkinson, dass sich die Matrosen den Offizieren gegenüber angemessen und überwiegend respektvoll verhalten hätten. Ursache für die Meuterei war seiner Ansicht nach ausschließlich die drastischen Kürzungen des Zolles. Eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Royal Navy oder der Führung eben dieser sei nicht erkennen gewesen. Darüber hinaus verteidigte Tompkinson auch seinen Verzicht auf eine Niederschlagung der Meuterei, denn Gewalt hätte seines Erachtens die Lage nur verschlimmert. Die Admiralität der Royal Navy akzeptierte die Erläuterin Tompkinsons und es wurde beschlossen, die alte, etwas höhere Sollstufe vor 1925 wieder einzuführen und diese dann wie alle Löhne ab 1925 pauschal um 10% zu kürzen. Die Admiralität erklärte weiterhin, dass Ford an jede weitere Meuterei schwer bestraft wurde. Kleiner Spoiler, es gab ab dem Zeitpunkt auch keine Meuterei mehr dann in der Royal Navy. Im Zuge der Invergord-Meuterei wurden keine Todesstrafen für die Meutere ausgesprochen, aber einige der Anführer wurden anschließend zu Gefängnisstrafen verurteilt. Weitere Meutere wurden unehrenhaft aus der Royal Navy entlassen oder versetzt. Konteradmiral Wilfried Tompkinson wurde anschließend von der Admiralität verantwortlich erklärt für die Meuterei und dafür für schuldig befunden, den Ausbruch nicht schon von Anfang an im Keim erstickt zu haben. Als Schlusspunkt unter diese ganzen Geschehnisse benannte die britische Admiralität im Jahre 1932 die Atlantic Fleet wieder in Home Fleet um, damit der Makel einer Meuterei nicht an der stolzen Flotte der Briten haften bleibt. Ja Freunde, das waren jetzt viele Fakten, aber wir haben hier auch ein großes Schiff und ich wette, ihr kanntet diese Fakten noch nicht. Ich finde es sehr spannend, wie gesagt, die Hood hat eine ganze Menge Geschichte zu erzählen und da sind fünf Salven von einem deutschen Schlachtschiff auf eben die Hood, finde ich viel zu wenig, denn es ist nur der Endpunkt einer langen Geschichte dieses stolzen Schiffes, der Mighty Hood. Ja Freunde, euch jetzt viel Spaß beim Review des Schlachtkreuzers. Freunde, nach sieben Stunden entspanntes und fröhliches Bauen steht sie fertig, unsere HMS Hood, das Kobi Set 4829 in der Limited Edition. Und ein Grund, warum dieses Set hier als Limited Edition dasteht, sehen wir schon hier vorne liegen, nämlich Lancelot Ernest Holland, den Kreuzer-Geschwader-Kommandeur bzw. des Schlachtkreuzer-Geschwaders, nämlich von der Hood, von der Repulse und von der Renown. Nun, das waren ja die drei Schlachtkreuzer der britischen Royal Navy und der Herr Holland hat die Hood befehligt. Das war sein Schlachtschiff, da sehen wir die Figur, die in der Limited Edition dabei ist. Historisch nicht ganz korrekt, die Ribbon Bar, die Feldspange ist nicht korrekt, aber sonst alles gut. Und warum diese Figur dabei ist, naja, weil der Herr halt leider auch verstorben ist, damals am 24.05.1941, als die Hood von der Bismarck versenkt wurde. Er hat das Schiff befehligt, leider haben ja nur drei Matrosen überlebt. Der Grund, weshalb, wieso, warum, nur ganz kurz, die Hood war nicht so stark gepanzert, es war ja ein Battlecruiser, hatte eigentlich nur hier an den Seiten einigermaßen moderne Panzerung. Das Schiff sollte ja sogar später eigentlich nochmal überholt werden, hat es aber leider aus besagten Gründen nicht geschafft. Die Hood ist auf die Bismarck zugelaufen, direkt mit zwei Türmen nach vorne gerichtet, hat gefeuert, also nicht, wie wir das kennen, so aus Piratenfilmen oder aus den ganzen Bildern, die man so kennt mit der Breitseite, sondern ist halt schnell auf die Bismarck und die Prinz Eugen und Co. zugefahren. Und hat dann die Treffer kassiert, die zum Untergang geführt haben. Es sollen ja fünf, sechs Seifen gewesen sein, nach sechs Minuten. Liegt daran, wie gesagt, die Panzerung war eigentlich nur hier und an den Türmen relativ stark. Von oben gab es so gut wie kaum eine Panzerung. Und ja, das Schiff ist halt, um schneller in Schlagdistanz zu kommen, direkt auf die Bismarck zu und naja, der Unglück hat zu seinem Lauf genommen. Wie gesagt, leider ist der Herr Holland dabei verstorben, wie fast alle der 1.477 Leute hier auf diesem Schiff. Wie gesagt, nur drei Matrosen haben überlebt. Ich glaube, zwei Engländer und ein Brite. Das nur ganz kurz als geschichtlicher Ausrutscher. Ich habe euch ja gesagt, dieses Schiff hat eine ganze Menge zu erzählen und ihr habt es ja auch im Speedbild gehört. Bei den Fakten waren diesmal neun Minuten, aber ich finde, immer wenn ich sieben Stunden baue, dann das auf fünf, drei Minuten runterbrechen, ist blöd. Und da es hier mein erstes Schiff von Kobi war, habe ich mir gedacht, komm her, geben wir uns die ganzen neun Minuten. Mir hat der Bau des Schiffes richtig Spaß gemacht. Ich habe hier wirklich kaum was auszusetzen und ich weiß, es gibt Leute da draußen, die haben hier eine Menge dran auszusetzen. Und das sind die bunten Farben von hier drin. Aber, da ich zum ersten Mal so ein großes Kobi Schiff gebaut habe, kann ich nur sagen, ich finde es super, dass hier so viel drinne bunt war. Ich habe viele Kobi Panzer schon gebaut, wo wir nur Grau und Schwarz haben oder Ten und Schwarz und Grau oder Grün und Schwarz. Und deswegen fand ich das hier richtig gut, dass wir hier drinne alles bunt haben. Und da ist es mir egal, ob Pink oder Blau oder Azur oder wie auch immer, Magenta, das ist mir total Latte, weil am Ende sieht man es nicht. Man sieht es hier nirgendwo durchscheinen. Natürlich, wenn ich jetzt hier den Turm X abnehme, dann sieht man, dass es rot ist und dass es grün ist. Das kann man natürlich bemängeln, aber wer baut da schon die Türme ab? Also, wer macht das schon? Und wer guckt sich das Schiff so an und guckt in den Schlitz rein und sagt so, aha, da schimmert aber grün durch? Das tut es nämlich nicht. Das sind ja Schiffe, mit denen spielt man keinen Krieg nach. Denen stellt man sich ins Regal und erinnert sich vielleicht würdevoll an die gestorbenen Seeleute und das Krieg generell per se scheiße ist. Deswegen finde ich das hier überhaupt keinen Kritikpunkt für mich als Neuling, was den Bau von Kriegsschiffen bei Kobi angeht. Ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die Mocker sind, die Schiffe hier teilweise sich auch ein-, zweimal kaufen, um daraus andere Schiffe zu bauen. Die sagen auch, ja natürlich ist das nicht schön, sie hätten gerne mehr Teileausgabe, also mehr Part Output, aber die wichtigsten Teile sind eh die Teile außen für die Außenverkleidung, die verschiedenen Wedges und Slopes. Da ist es gar nicht so wichtig, was innen drin ist. Und deswegen finde ich diesen Kritikpunkt, dass das Set bunt ist, überhaupt nicht schlimm. Ich habe sogar ein, zwei Sachen in den Anleitungen gesehen, wo ich fand, dass es mir geholfen hat, dass das Set bunt war. Ich habe mir hier stellvertretend mal die Anleitung 2 genommen, weil da müssen wir auch drüber sprechen. Es gibt nämlich wirklich eine blöde Sache bei dem Schiff, bauanleitungstechnisch. Aber hier zum Beispiel beim Übergang von Bauabschnittstüte 4 auf 5, finde ich es gut, dass wir es unten bunt sehen und gleich hier oben sehen, wo wir es dann weiter farblich ansetzen können. Das ist natürlich sonst bei Kobi nicht so gut, weil Kobi immer den vorherigen Bauschritt ausgraut, aber hier sieht man es, wie es vorher ist und wie man es dann oben bunt wieder anlehnt. Also das finde ich gar nicht so verkehrt, das ist hier diese Sektion, wo wir quasi das Vorderschiff an den Mittel des Schiffes anpflanschen. Und da finde ich es gut, dass wir hier sehen, aha, da ist schwarz und dann ist es hier, aha, schwarz-schwarz und schwarz-gelb. Das finde ich wirklich nicht verkehrt. Natürlich hätte man es auch ohnehin bekommen, aber es ist so viel einfacher zu sehen und ich glaube, wenn man hier wirklich nur Tan und Grau und Schwarz und Rot liegen hat, das macht keinen Spaß. So war es für mich viel, viel toller zu bauen. Aber die Anleitung hat einen Schwachpunkt und zwar ist das hier. Da denkt Kobi ja nicht richtig mit. Das ist nämlich hier, ich nehme Herrn Holland weg, der ist ja schon leider gestraft genug. Da muss er nicht auch noch von der Anleitung bedeckt werden. Und zwar ist das der Teil hier, das ist der Teil, da haben wir ein paar Seiten vorher so 3er Brick Modifies in zwei Plates Höhe verbaut. Diese hier. Also wir haben Noppen noch quasi nach oben und an die Seite. Ja, und Kobi tut hier im Bauschritt 354 einfach so, als wenn wir es dran drücken sollten. Das ist aber nicht richtig. Wir müssen vorher nämlich hier noch die Verkleidung abmachen, damit wir von unten die Noppen und von der Seite das überhaupt verbauen können. Das ist bautechnisch an dem Schiff das Einzige, was mich stört. Außer, und dann kommen wir mal gleich zu den Details, das ist das Kettenknüpfen. Ich halte euch mal hier die Ankerketten in die Kamera. Und Freunde, ich mag bei Kobi Panzern schon nicht immer das Kettenknüpfen, habe es aber akzeptiert. Aber hier diese kleinen Kettenelemente, da habe ich mir ein Wolf gearbeitet. Ich habe mir mal wieder von meiner Holden eine Pinzette gekrallt, um dann diese sehr dünnen Anker-Elemente zusammenzuklipsen. Es sind ein paar über, die habe ich mir hier in so einer Tüte gepackt. Ja, das macht keinen Spaß. Ich habe auch hier ein bisschen umgebaut, denn eigentlich sind hier drei graue Streifen, weil wir ja hier das Deck so bauen. Und ich habe diesen 1x4er gegen einen Beigen ausgetauscht, weil ich fand es blöd, wenn wir hier also beige, grau, beige, grau haben. Aber das war so aus meinen Teilefundus. Das ist jetzt eine Geschmackssache. Das ist historisch wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt. Das soll halt ein bisschen zeigen, dass hier die Ankerketten langschlupfen. Das hat mir aber nicht gefallen. Kobi baut immer asymmetrisch und so weiter. Aber das Auge schaut ja mit und wenn man es selber gebaut hat, ja, dann kann man es ja verändern. Das ist generell meine Empfehlung, was sind Klemmbausteine, wenn euch was nicht passt, wenn ihr findet, das kann ich besser umsetzen, macht es ruhig. Es ist ja euer Set, da schimpft euch keiner an. Generell, ganz toll an diesem Set ist der Stand mit meiner gelaserten Plate hier unten mit der 116 drauf, mit dem Namen des Schiffes, mit im Dienststellung und so weiter. Ein paar Fakten nochmal drauf. Gefällt mir richtig gut, ich baue es mal ab. Ich muss echt sagen, dass ich das Schiff relativ leicht finde für seine Länge und Größe. Da haben wir nochmal die Plates, die ja gelasert sind, auch ein Unterschied zur normalen, zur Limited Version. Oh, ich muss ja auch fassen, das ist wieder typisch Kobi, sehr glatt. Und wieder typisch Kobi, schwarze Steine, die saugen fett. Das kennen wir ja von meinem Opel Record. Ja, ich zeige mir das Schiff jetzt noch mal ganz kurz, sofern ich es kann, von vorne so ein bisschen den Bug, sieht imposant aus. Von oben hier das Deck, das Vorderschiff mit der Kette, dann drehe ich es mal so ein bisschen mit den beiden Türmen hier. A, B, die Feuerleitstellen, die Schornsteine. Ja, hier hinten, wo das Heck anfängt, mit den Türmen Y und Z, bzw. X und Y, Entschuldigung. Und dann das Heck mit den Antrieben, die so ein bisschen krumm und schief sind, aber die Spaß machen zu bauen. Und vor allen Dingen, muss ich mal das Ruder gerade machen. Das ist ziemlich gut, ich drehe es mal so ein bisschen um. Da sieht man diese typischen Farben und diese bronzenen Schrauben, gefällt mir richtig gut. Das Tollste an dem Schiff, finde ich, ist, wenn man es gebaut hat, weil man baut es ja so seitlich dran, dass man hier oben so eine schöne Maserung bekommt, sage ich mal, dass es wirklich aussieht, als wenn ich hier Holzplatten verlegt sind, was es ja auf diesen Schiffen teilweise war. Also das sieht richtig cool aus und es ist sowieso so, dass das Schönste, finde ich, am Bau dieser Schiffe, also das ist jetzt mein erstes, aber ich denke mal, es wird auch für die Zukunft so sein, ist der, ja, der Rumpf hier unten, diese schönen vielen Slopes und Wedges, das macht Spaß, diese Rundungen mit Klemmbausteinen anzubauen, das ist richtig, das war glaube ich auch mit das Schönste an Kubi, weil Kubi, der hat mehr Steine zu bieten hat als andere Hersteller und auch dann noch bedruckte. Wir haben teilweise hier hinten Steine, die sind oben schwarz bedruckt und unten rot. Und das ist cool und vor allen Dingen ist es in einer Farbechte, wie ich es so auch kaum gesehen habe. Zum Beispiel hier vorne dieser Stein, ganz hier vorne an der Spitze, da seht ihr nämlich auch schwarz, grau, rot und das ist ein Stein. Und ich nehme mir mal kurz ab, das sind ja Klemmbausteine. So, kurz immer so eine Geschichte bei Kubi, das wisst ihr. So, und schaut ihr euch an, ein cooler Stein, dreifarbig bedruckt, Hammer und farbecht. Also, kann sein, dass zum Rot eine kleine Nuance Unterschied gibt, aber das kennen wir auch bei anderen Herstellern, richtig cool. Generell viel bedruckt, schön hier die Fahne, die ihr in meinem Video jetzt ja auch schon gesehen habt. Also einmal hier und einmal hier, die der Royal Navy, dann natürlich die ganzen bedruckten Rettungsboote, hier oben der Schornstein oder die Schornsteine, die man so abmachen kann. Wieder schön durch Kubi, die Bauchrichtensumkehr, hier unten die Noppen. Hier haben wir abgerundete Steine, die oben nochmal schwarz bedruckt sind. Richtig, richtig cool. Das ist sowieso auch nochmal so ein Punkt, wo ich sagen würde, achtet da drauf, wenn ihr was baut, es ist ein Kran, abgefallen, dass die Steine halt teilweise bedruckt sind. Es ist blöde, wenn man sie verbaut und dann hinterher wieder austauschen muss. Ich meine, ihr kennt Kubi-Steine, die klemmen sehr gut. Schaut immer danach, ob halt gerade bei diesen abgerundeten oder bei diesen bisschen Wedges, bisschen Slopes, ob da nicht die Oberkante nochmal bedruckt ist. Also das haben wir hier teilweise. Das ist richtig, richtig krass. Ja, ich halte sie euch nochmal so kurz schräg hin, weil ich finde, man kann so ganz gut erkennen, dass dieses wirklich ein Schiff war, das ja im Ersten Weltkrieg noch designt wurde und dann ja quasi am Ende des Ersten Weltkriegs in Dienst gestellt wurde, beziehungsweise ja eigentlich in den 1920er Jahren, um genau zu sein, 1920. Man sieht halt hier diese typische Form, die noch so die Schiffe aus dem Ersten Weltkrieg hatten und auch diese Türme hier, diese Masten, die wirklich aussehen wie eigentlich, ja, so Masten aus Piratenschiffen, nur aus Stahl. Das ist alles noch so Dreadnought-mäßig, alles noch so Erster Weltkrieg. Das Schiff ist ja einfach ein tolles Schiff. Es war eines der stärksten und schnellsten der damaligen Zeit, nur die Bismarck war zu der Zeit schneller. Das war ja auch mit so der Untergang. Was ich ein bisschen vorher dachte, ist, wenn ich diese Aufbauten baue, dann kriege ich nochmal den richtigen Kick. Das macht mir am meisten Spaß, aber es ist wirklich so, wie ich es euch gesagt habe. Der Rumpf macht am meisten Pfannen hier oben diese vielen kleinen Stäbe, wo reinstecken und aufpassen, dass man sie nicht so tief reinsteckt. Diese kleinen ganzen Noppen, die kennt ihr auch bei Panzern zum Beispiel manchmal. Hier sehen wir sie. Wir haben auch welche über. Ich nehme mal so einen hier in die Prinzette. Dafür habe ich die Prinzette hier rausgelegt. Diese Noppen hier, diese Nieten, nenne ich sie mal, diese Kubinieten, die oben flach sind und dann so den Zylinderkörper, die überall reinzudrücken. Das macht gar nicht so Spaß. Also das den meisten Spaß macht, wirklich hier diesen Rumpf zu bauen und obendrauf dann, ja, das ist so das Finish. Aber trotzdem nochmal loben muss ich hier wirklich die Prinz, selbst auf diesen Trends Clear, Slopes, die so Treppen und Leitern darstellen sollen, das macht einfach Spaß. Das ist richtig, richtig cool. Also auch wenn die Hood vielleicht für uns Deutsche jetzt nicht so das Schiff ist, wo man sagt so Hurra, Hurra, weil wir Deutschen immer über diese Bismarck sprechen, finde ich, ist das jetzt für mich der genau richtige Einstand. Es hat so Spaß gemacht, die Fakten rauszusuchen und vor allem auch Spaß gemacht, etwas zu bauen, wo man geschichtlich schon ein bisschen, ja, sich reingedacht hat, weil ich diese Übergangszeit, erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg, ganz spannend finde, gerade was Wehrtechnik angeht. Ja, noch ganz wichtig hier die Kanonen, das sind 38,1 cm Kanonen, die sogenannten BL-15, wobei die 15 für die Inch steht, mit einer Kaliberlänge von 42. Das wollte ich euch noch sagen, weil ich glaube, das ist immer ganz wichtig, die Hauptbewaffnung so eines Schiffes euch nochmal zu erklären, wobei ihr ja die ganzen Sheets schon am Anfang des Videos bekommen habt. Ich hoffe, ihr habt auch am Anfang des Videos im Intro erkannt, dass der letzte Rauchfleck am Ende meines kleinen Intros, das war die brennende, untergehende Hood. Ja, traurig, aber wahr, dass solche Geschichten, solche massiven Fahrzeuge immer nur, ja, dann zustande kommen oder man dann baut oder so eine Ingenieursleistung an den Tag legt, wenn es darum geht, irgendwie militärisch aktiv zu werden. Aber hat halt einen einzigen guten Vorteil vielleicht, dass wir darüber reden können, uns an die Menschen erinnern können, dass man sagt, nie wieder und vor allen Dingen, dass man hier was Tolles klemmen kann. Ich habe wirklich richtig Spaß gehabt, sieben Stunden permanent. Es geht wahrscheinlich auch schneller zu bauen, aber A war es mein erstes, B habe ich jeden einzelnen Stein genossen, bis auf die Ketten und diese Nieten hier oben dran und diese Stäbe, aber sonst habe ich hier wirklich richtig, richtig Spaß gehabt. Und ja, Freunde, jetzt sehen wir uns gleich noch mal in die Augen, dann gibt es noch mal ein paar Dankesworte, denn ich muss mich bei ein paar Menschen bedanken, die mir bei diesem Video geholfen haben und vor allen Dingen bedanke ich mich natürlich bei euch schon mal bis jetzt hierher fürs Zuschauen und dann schauen wir uns gleich, wie gesagt, zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, da ist das Video zur Mighty Hood, zur HMS Hood von Kobi hier in der Limited Edition leider schon zu Ende und Video ist genau das Stichwort, denn ich möchte mich bei ein paar Menschen bedanken, ohne die das Video so gar nicht möglich gewesen wäre. Das wäre nämlich Thomas, Malte, Martin und der liebe Robert. Ihr habt mich schön mit Literatur versorgt, so brauchte ich mir gar keine Bücher kaufen, ich habe von euch Stichwörter bekommen, ich habe mit euch diskutieren können, vielen lieben Dank dafür. Wenn die Schiffsglocke der Hood nicht schon gehoben wäre, hätte ich sie für euch gehoben und hätte euren Namen dort noch reingemeißelt, vielen lieben Dank dafür. Ist übrigens auch eine lustige Geschichte, dass nämlich einer der Gründer und Chefs von Microsoft, Paul Allen, quasi mit einer Tiefsee-Expedition vor Island, das Schiff liegt, der ja glaube ich um 1800 Meter Tiefe mit dabei war und gefördert hat, diese Schiffsglocke nach oben zu holen. Ist nämlich von daher interessant, da diese Schiffsglocke der Hood auch schon im Vorgängerschiff das auch Hood hieß, hing. Und man sagt ja immer, das in so einer Glocke die Seele der Matrosen oder die Seelen der Matrosen beziehungsweise der ganzen Mannschaften hängt und somit schön, wenn man diese Glocke wieder gehoben hat, sie jetzt irgendwo in einem Museum steht und man den totengefallenen Seeleuten ja, denken kann. Das finde ich ziemlich cool. Also wenn ihr Microsoft da draußen habt und ein bisschen schimpft, habt das vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Solche Milliardäre tun ja ab und zu auch mal was Gutes. Ja, was Gutes hat mir Kobi hier getan mit diesem Schiff. Es hat mir wirklich Spaß gemacht zu bauen. Ich habe mir wirklich nichts auszusetzen. Man kann natürlich über den Preis wieder diskutieren, aber zum Beispiel vergleiche ich Kobi nicht mit Lego. Da fällt diese Preisdiskussion für mich schon mal weg. Kobi ist was anderes. Kobi ist irgendwie Modellbau. Kobi ist für mich immer gelebte Historie. Da habe ich Spaß dran und Kobi kommt aus Europa und Kobi ist Padprinted und das sieht man ja hier wieder an diesen Aufbauten. Das habe ich glaube ich gar nicht so richtig hervorgehoben, dass wir hier zusammengesetzte Teile haben. Bestimmt so 10 Stück da und da, die zusammengesetzt werden in einer Fabrik in Polen, dann bedruckt werden und dann wieder in den Karton, in die Tüten eingeschweißt werden. Das finde ich richtig cool und sowas kostet vielleicht auch ein bisschen. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Und auch wenn ihr bunte Steine drin sind, ist am Ende ja trotzdem Designleistung da und ein tolles Schiff. Aber Freunde, macht damit was ihr wollt. Ich bin wirklich Fanboy und da stehe ich zu. Auch wenn andere Menschen sagen, Fanboy soll man meiden. Ich würde sagen, nein. Denn woanders als beim Fanboy kriegt ihr richtig fette Emotionen, kriegt ihr Feuer für das Hobby, kriegt ihr ja wirklich einfache, pure Überzeugung und Spaß an der Sache, die man hat. Das ist aber nur meine Meinung. Auch das bleibt wieder euch selber frei, das einzuordnen, wie ihr wollt. Einzuordnen zum Thema Limited ist ja noch hier unser Vize-Admiral, der Herr Holland und natürlich die gelaserten Plates. Das sind die Merkmale, die die Hood hier in der Version von der normalen unterscheiden. Wenn euch das nicht wert ist, dann kauft ihr euch halt einfach die normalen. Ich finde historisch gesehen und vom Bauspaß her ist sie ein Kaufwert. Da ist es mir egal, ob bunt. Ich wiederhole mich da ein bisschen. Außerdem mag ich Einhörner und Einhörnkotze, da habe ich auch nichts gegen. Regenbogen sind cool. Also schon damals bei den Glücksbergis fand ich Regenbogen cool. Auch als Mann darf man auf diese Farben stehen. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem ersten Kriegsschiff-Review hier auf dem Kanal. Es wird es schön, wenn ihr weiter mit mir an Bord bleibt und hier durch die Tiefseewellen und stürmischen Zeiten der Klemmbausteinmeere durch euch kämpft mit mir und wie immer ein bisschen Handbreit Wasser unter den Kiel haben. Ja, das habe ich jetzt schon viermal falsch gesagt. Ich habe immer gesagt, ein bisschen Handbreit Kiel unter dem Wasser. Deswegen bin ich froh, es ist jetzt geklappt hat. In diesem Sinne, Freunde, auf Wiederbauen, euer Freund der Bloxstar. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020